Die Moderatoren seien im Studio gewesen und hätten den Streik thematisiert, ansonsten habe eins live zwischen 7.00 und 8 Uhr Musik gesendet. Bei WDR 2, WDR 3, WDR 4 und WDR 5 sei es zu keinen Ausfällen gekommen. Statt der üblichen zwei unterschiedlichen Nachrichtenformate sei zwischen 7 Uhr und 8 Uhr lediglich ein Format auf diesen vier Wellen gelaufen. Hintergrund der Aktionen waren die laufenden Tarifverhandlungen, die am Freitag in die fünfte Runde gingen. Kölner Redaktion liegt Arbeit nieder. Nach Angaben des Deutschen Journalistenverbands beteiligten sich an den Aktionen allein in Köln etwa 400 feste und freie Mitarbeiter. Dazu seien etwa 90 weitere Teilnehmer in den Lokalstudios gekommen, vor allem in Wuppertal und Duisburg. Die Zentral-Nachrichtenredaktion des Hörfunks in Köln habe von 7 Uhr bis 12 Uhr komplett die Arbeit niedergelegt, sodass die Nachrichten von einem Ersatzteam produziert worden seien, sagte eine DJV-Sprecherin.